Ich muss... Ja, fang an! Ja, okay, ist ja gut, ey. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ben und Ed, ne? Und, ja, ich hab ein bisschen Angst vor Tobi, weil der mag mich, glaube ich, nicht mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. Weil ich hab das auch verdient. Weil ich hab ihn unfair getötet und es tut mir sehr leid, Tobi. Und das möchte ich jetzt nie mehr machen, Tobi. Naja, komm, schiebst du jetzt. Kann nicht mehr tanzen. Wer soll uns glauben? Tobi, ich kann auch nicht mehr tanzen. Warum kann ich nicht mehr tanzen? Oh, schade. Ihr müsst noch mal ins Spiel reinklicken. Ich war auch gerade irgendwie raus. Ja, hab ich gerade gemacht, aber geht nicht mehr. Okay. Was machst du dann? Ich war doch nicht nett drücken, aber... Aber Dominik loses every time, ne? Freunde, wisst ihr Bescheid. Versus. 22 Leben. Oh, oh. Ja, klar. Das wird bestimmt toll. Ich will mal siegen. Hä, wenn wir mal endlich leben, steht jetzt da. Ja, ich hab aber okay gedrückt. Okay, ich geh direkt zurück in die Lobby. Stopp. Was? 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 So, hier, guck mal. So, ich mach jetzt mal 22. Hier, fertig. Das muss on sein, Leute. Okay. Ist noch early access, Alter. Das muss early mit on sein. Early. Ah, jetzt. Okay. Und vor allem, es ist wieder Klassikmusik. Es ist wieder Klassikmusik. Es ist wieder Klassikmusik. Es ist wieder eine Asi-Karte. Es ist wieder eine Asi-Karte. Es wird wieder richtig asozial. Ich glaube, jetzt bin ich da. Warte, Tobi, ich war noch nicht im Game. Alter, du Assi. Jetzt bin ich. Alter, du wirst so sehen. Alter, was ist hier denn los? Boah. Komm her, Tobi, Alter. Komm, Tobi. Wui. In Ruhe. Nein! Alter, das gibt's doch nicht. Ciao, Kassi. Oh. Oh Gott. Hey, hey, Pahn. Oh Gott. Was passiert hier, Leute? Was passiert hier, Leute? Was passiert hier, Leute? Was passiert hier, Leute? Das war nicht gut. Oh Gott. Nein! Wärmer. Nehme doch. Oh Gott. Nehme doch. Ja, Tobi, du schaffst es. Boah. 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 Das gibt's doch gar nicht, der Junge. Alter! Was passiert hier? Alter! Nein, Tobi, ich kann ducken. Nein! Oh, Alter, wie gemein. Oh, Alter, wie gemein. Alter! Okay, ich lass mich rüberhauen. Oh, mein Gott. Das ist ja... Was ist das hier? Warte mal, kann ich? Kann ich? Nein. Okay, geht auch nicht. Ich ging auf den ultimativen Trick. Ich hing an der Wand. An der Wand, kennt ihr die? Okay, warte. Hey, steh auf! Nein! An der Wand. Steh auf, du Penner! Nein, das gibt's doch nicht! Hau mich rüber. Ja, ja, ich hab es. Boah, geil. Oh, fuck. Nein! Ich hab Ausdruck gesagt, jetzt komm ich in die Zeitung. Ah! Mist. Oh, was haben wir denn hier, Freunde? Schönes Ding. Nein! Oh, wie alt sie da sind. Zwei Stück hintereinander, Alter. Direkt zwei Stück hintereinander. Wie machen die denn? Alter Curry! Ja, komm, der muss da einmal sein jetzt. Oh, mein Gott! Alter, diese Schwerter sind ja richtig mies. Hat sich so geil angehört, gerade. Hey, was? Ach, du Scheiße. Alter. Oh. Ich bin so konzentriert. Nein! Nein! Alter, vorm Jackpoint Curry, das ist echt ärgerlich. Ey, halt dich, Schnauze, Tobi. Das tut mir echt voll leid für dich gerade. Ja, das tut mir aufgehend. Ja, geil. Der Knopf. Hey, was hast du vor, Pan? Das Richtige. Oh, nein! Ach, so ist das gedacht. Ich hab das nie richtig gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hey, was ist denn jetzt hier? Warum sind hier Totenköpfe? Pan, was hast du vor? Geh weg! Was? Gar nichts. Ich, äh... Du hast den Löffel in der Hand. Nein! Nein! Doch, ich seh's doch! Der einfach nur am Lügen ist. Kannst mich gar nicht sehen. Aua! Ja, 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 ja. Das wird noch Karma geben. Oh, scheiße. Au! Ich dachte, der geht richtig raus aus dem Unterleib hier. Auf dem Spiel. Ja, fang, ciao. Curry, geh weg. Er wird für's gut, ne? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich hab mal ein Kind geboren. Oh mein Gott. Huh! Oh mein Gott. Nein! Ja! Weg! Alter! Nein! Ja! Nein! Ja, Mann! Ja, Mann! Tobi! Ich bin voll Curry, Anna! Oh, Alter! Jetzt wird Sachen bewerfen! Ja, Mann! Geil! Okay. Bei mir bist du noch gar nicht im Ziel, Tobi. Oh, Alter, war das gemein gerade. Ich hätte gern so einen Hack, wo man einfach nur Stühle die ganze Zeit auf einen werfen kann. Oh, das wäre so schön. Ich schaff's jetzt, Leute. Alles klar, Curry gibt alles. Geil! Geil! Geil, geil, Curry! Weiter! Das ist mega! Hammer, Curry! Weg! Das sind die vollen Stühle! Super! Ja! Oh Gott! Ja, oh mein Gott! Geil, geil, geil! Gut, dass wir nicht gegen Dominik gespielt haben. Man ist richtig aus der Arten, ne? Der war eigentlich Dominik. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich Entwickler oder auch. Alter, ist das spannend immer, ey. So geil! Ach, ne, ist der nur zu viert. Schade. Oh, was ist das denn jetzt? Remember Hans? Was ist denn jetzt los? Oh, was? Hans Memorial Arena. Ach, Hans war der Showmaster. Ach so. Vom ersten Teil. Glaub ich, ne? Stimmt. Komm, komm mal rein. Hä, wo ist Tobi denn? Stimmt. Oh, warte, warte, warte. Okay, wollen wir loslegen? Ja, klar. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, das mit dem Leben klappt jetzt. Allee, allee, Leute! 15 Leben, Freunde! 15 Leben! Ach du Scheiße! Was ist das denn? Was? Korb? Das ist kein Korb. Ist das Korb? Nein. Korb? Werig? Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Kann man nicht aufmachen. Was müssen wir hier machen? Hä? Äh, ich glaub wir müssen da hoch, Leute. Wir müssen hier hoch. Ach ja, stimmt. Dahinten. Ach so, ja geil. Boah, Alter, da ist ja voll brainfuck hier gerade. Und diese Kisten. Boah, krass. Hä? Und jetzt bauen wir nen Huhn, oder was? Ach so, fliegen, glaub ich. WAAAH! Ach so, oh man, ich brauch nen Körper. Ach so, wir müssen hier draufballern, genau. Okay. Das darf doch nicht wahr sein. Hä, was müssen wir machen? Ich dachte, wir müssen da drüber fliegen. Was passiert jetzt? Hä? Was passiert hier? Hä, Tobi? Hä? Ich brauch mal jemanden auf der anderen Plattform, bitte. Hä? Ach so, warte, ich komme. Jetzt braucht man nen fucking Huhn, oder was? Oh, ich bin runtergekommen. Ja, ich hab ein Tier. Pan, komm hier rüber gesprungen, komm. Wohin? Hier zu mir. Also auf die andere Seite, nach links. Du kannst weit springen damit, in der Hand. Ah, okay. Das ist gut. Nein, andere Seite, Pan, andere Seite! Nö, ich nehm die. Nein, du musst aber rüber springen, Pan. Welche Seite meinst du zur Hölle? Ja, links hier. Genau, Tobi. Nice. Und jetzt musst du auf die Plattform. Oh, wie gemein. Hä, und jetzt? Hä? Wahrscheinlich zu zweit, oder? Was bringt das jetzt? Nö, irgendwie nicht. Hä? Was ist das jetzt? Müssen wir uns irgendwie schwerer machen, oder so? Ach so. Ach so, wir müssen irgendwas machen, oder? Okay, warte. Kann nicht springen, man kann nicht springen. Was sagt Captain Steakie? Vielleicht wenn wir beide nen Löffel haben? Wenn wir beide nen Löffel haben, das nen Löffel, ne? Oh mein Gott. Müssen wir beide Knappe zusammengedrückt werden vielleicht? Ist das richtig, oder wie? Ne, wir müssen die Dinger runterdrücken, irgendwie. Das ist aber komisch. Stell ich mal mit nem Löffel da drüben hin, Eric? Huch! Oh Gott. Ja, toll, Kevin. Ne, bringt... Kevin! Toll, Kevin! Ich dachte vielleicht, dass es dann schwerer ist, oder so. Aber es bringt nichts. Ne, wir müssen ja die Brücke irgendwie rüberkriegen. Ciao! Hä? Wie? Hä? Was? Ist der jetzt mit dem Hühnchen rübergeflogen, Alter? Nee, du kannst einfach rüberjumpen. Wow. Toll. Oh Gott. Boah, das ist schon... Boah, Alter, diese Karte macht mich fertig. Alter. Manchmal leckt es einfach. Ja, so'n bisschen. Ähm... Oh, ähm... Jetzt bin ich wieder hier, hä? Ja, was willst du denn? Ich hätte auch hochgemusst. Ich hätte auch hochgemusst. Au! Alter! Das hat keiner gesehen, was jetzt passiert ist. Ich wäre im Kreis gelaufen. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Tobi kam mir entgegen. Hä? Ach, da hin, oh Gott. Alter, das ist echt verwirrend. Das ist echt verwirrend. Der Erik ist wieder vorne. Jetzt ist das doch noch passiert, bis er nicht war. Alter, was ist hier denn los? Was? Der schummelt doch. Oh. Ah, das Kopf ist sowieso viel besser. Och du Scheiße, was ist das denn hier? Boah, das ist so mies. Nein! Nein! Alter Schwede. Der fängt ja hier gar nichts. Boah. Was ist das denn? Höh! Alter! Wat? Alter, was passiert hier? Boah! Boah! Alter! Aua! Boah! Alter! Ich bin immer so schnell vorne! Boah! Ey! Nein! Ich bin runtergefallen. Höh! Höh! Ja, ich komme! Alter! Alter! Boah, wie gemein war das denn? Alter! Ja! 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 Boah, das gibt's nicht! Nein! Komm, Erik, du schaffst das! Was hast du denn? Das gibt's doch nicht! Was hat mich fast... Fick die an! Mann, wieso spring ich denn immer wieder da rein, Alter? Wie tot ist man eigentlich? Bist du schon im Ziel, Tobi? Ey, du bist genauso ein Flitscher. Ja, klar! Nein! Oh, Mann! Mann, ich das kann doch nicht wahr sein. Schau, Tobi! Oh! Oh, Scheiße! Boah! Alter, Mann, das klappt! Alter, Mann, das klappt! Ich hab mich nach vorne gehauen! Der Hammer hab mich direkt nach vorne gehauen! Der Hammer hab mich direkt nach vorne gehauen! Mann, bleibt mal stehen! Ich muss dir was zeigen! Oh, Mann! Yay! Total verdient! Oh nein, das Pfund kam in mir gerade rein! Oh, das war doch nicht wahr! Uuuuuh! Ich mach das jetzt alles! Ey, lasst euch vom Hammer! Nein, du hast den Hammer nach vorne geschlagen! Leute! Lasst euch von dem Hammer nach vorne schlagen! Stell dich richtig hin und lasst euch nach vorne schlagen! Ja, nach links müsst ihr aber dann, nach links! Ja, nach links! Genau da! Fall dir ja gegen die Wand! Genau so! Warte, warte, jetzt, jetzt, genau! Ja! Nee, du warte, dann hättest du noch ein bisschen weiter nach links gehauen! Spring am besten dabei! Spring am besten hoch! Warte! 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 Oh, ja! Natürlich auch! So, geht's auch, ja! Nein! Oh Gott! Oh! 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 Puh! Oh! Oh! Hiii! Jetzt reit's! Ich bin nochn... Ich bin noch queuer Tobi, Alter! Ja, der Tobi war nur die Elf von der Elf! Ey. Wollste, wann ist der mit Tobi los? Ihhh! daraufhin! Awe! Wieso?! Klatsch Porriendly! He, was ist das?! Oh! Was war das?! Iiiiiiii буд auf den Knackband! Ich kann dein Innerstes spüren! Ja geil Tobi, geil! Tobi, sein Kopf! Tobi, ja, Mann! Tobi, ja, Mann! Geil, ey! Alter! Es fing so gut an, Alter! Geil, Alter, ey! Oh, Entschuldigung! Ach du Scheiße! Nächste Map! Okay! Deathmatch of Joy! Oh nein, oh nein! Kill love, kill love! Oh nein! Das machen wir doch, das machen wir doch, Freunde! Das heißt, wir müssen uns wieder gegenseitig umbringen! Was war das denn? Oh, schon wieder! Warte! Unendlich Leben, wir müssen noch mal neu starten! Warte! Manchmal nimmt er das nicht! Oh, mein Spiel ist aufgespielt! Was? No! Okay, wir warten! Tobi, wir warten! Kommen wieder zurück, mein Freund! Ah klar! Kommen wieder zurück! Ich schick das aber gerade an ihr Entwickler! Ja, das klar, mach das mal! Danke, Tobi! Danke! Danke! Das ist so scheuer, ey! Dank Menschen wie dir können ehrliche Entwickler gute Arbeit leisten! Oh yeah! Boah, Alter, das Spiel macht mich auch fertig! Ja, man kann echt nicht viele Folgen davon aufnehmen, ey! Boah! Boah! will das gar nicht machen! Ich glaube das ist wegen der Wind Nope Mode! Keine Ahnung! Oh je, oh je! Ah 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 um! Geil, Tobi! Geil! Geil! Machst du richtig gut, Tobi! Hey Leute! Cool! Hey, wie kann man denn schreiben im Chat? Mit Chat!? Ah, okay, meine Tastatur hat sich auf Egnet umgestellt, das erklärt einiges. Boah, Alter, Alter. Hans Showmaster ist noch nicht mehr. After the run that debacle is whereabouts still missing. Alles klar, Hans Showmaster ist noch da. Hey, wenn das so Fake News sind, dann bin ich ja voll drauf reingefallen mit der Figur, die man kaufen kann. Hell zur Hölle, ich wollte eine Ad-Figur haben. Stand das da oben, oder was? Ja, ich will auch eine kaufen. Ich dachte, die gibt es. Dachte ich auch. Und die sind so richtig, richtig verwesstinken. Boah, von Hans auf jeden Fall. Verwesstinken? Hast du schon einen neben dir? If you see a hat rolling near you, kick it. Geilweil. Fußball. Aber wie? Ich weiß nicht. Müssen wir mal probieren. Ich will das auch probieren. Gab's da nicht irgendwas, weil ihr das gerade sagt, mit der Figur, die stinkt, ne? Gab's da nicht mal was von Resident Evil? Die Kerze. Ah ja, die Kerze, genau. Die habe aber leider nicht bekommen. Ne, die war leider schon... Hä? Toei war da. Toei war da. Achso. Stimmt aber bestimmt. Fünf Leben, Leute! Oh Gott. Alter! Blut! Was ist denn hier los? Mein Hühnchen! Ciao! Wuuu! Oh Gott! Alles klar, was habe ich hier? Okay, was habe ich hier? Es gibt neue Sachen. Echt? Was? Es gibt eine Spritze. Ja, gib mir die Toei, gib mir die Nadel, komm! Was ist das denn? Bist du denn? Er hat schon wieder seinen Scheißlöffel da, Alter. Das gibt es doch gar nicht. Alter! Was war das denn? Was war das, Pan? Du hast mir meinen Kopf explodieren lassen. Oh Gott! Das ist doch nicht so geil. Ähm. Ich habe das nicht gemacht. Irgendwas ist da gerade explodiert von mir. Warum auch immer. Hau ab! War das Erik? Nein! 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 Alter, was? Mein Hühnchen ist gestorben! In der Luft! Ja, ja! Nice. Oh, in der Luft ist der Luft. Nice! Push me! Nein! Meins auch! Das war gemein! Einfach in der Luft gestorben! Okay. Hm. ALTER! Hahahaha! Spahn! Nice! Juhu! Voll böse! Oh mein Gott! Oh Alter, wie gruselig das hier ist! Oh mein Gott! Das ist echt gruselig, ne? Ja! Und die sind über Löcher! Huh! Nein! Was machst du? Warum? Alter! Irgendwas aus! Ich bin grad einfach eine Frau! Tobi, weg! Huh! Nein! 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 Geil! Wie geil ist das denn? Äh, ich bin auf Drogen! What the fuck! Hast du ne Spritze gesetzt bekommen? Was? Ich, ne, ich hab eigentlich der Pal eine gegeben gerade! Was? Ne Spritze! Ja, aber mein Kopf ist da nicht zugehend! Achso, ach du bist schon tot! Alles klar! Tobi, was machst du da? So, ich beobachte! Oh mein Gott! Boah! So, ich hab' ich erwischt! Ne! Hast du nicht! Oh Mann! Ich kann wieder nicht schlagen! Scheiße! Ey! Ich kann wieder nicht schlagen! Wie viele Leben hab' ich noch? Oh Scheiße! Boah, da sehen wir hier! Seht ihr die drei Leben da vorne? Oh Gott! Alter! Mein Spiel hat gereckt! Tobi! Mein Spiel hat gereckt! Oh! Oh! Ja! Genau! Hä? Ich kann nix... Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Ich kann das nicht aufnehmen! Du bist fertig! Ich kann... Ich kann wieder nix aufnehmen! Also, dir fehlt ein Arm auf jeden Fall, ne? Deswegen kann es sein, dass du das nicht aufnehmen kannst! Ja, ich bin doch Rechtshänder! Das muss doch gehen! Achso! Au! 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 Was macht ihr denn da? Ich hab' mein Telefollower und so'n Schein! Au! Wat? Oh nein! Wie ist der denn rausgeglitscht? Haaa, nein! Ja, hallo! Ja, guck mal! Der nimmt die Spritze nämlich mit zwei Händen, Erik! Deswegen kannst du die wahrscheinlich nicht aufnehmen! Ah, so! Pan! Hey, Pan! Ja? Fuuu! 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 Wer? Wer da? Ja, ich versuch's ja! Alter, ich seh' nichts! Komm schon! Irgendwas! Oh, 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 oh! Alter! Da hat die Nadel aber knapp verfehlt, ne? Äh... Äh... Da hat die Nadel aber knapp verfehlt, ne? Ja, Entschuldigung! Oh, PAN! Oh, ich schack dir! PAN ist raus! Ja, die Nadel! Ja, 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 ja! Ja, komm' er erstmal ins Ziel! Boah, jetzt, jetzt mach' ich fertig mit der Schlacht! Komm' Leute! Macht die'n fertig! Macht die'n fertig! Ja, mach' die'n fertig! Jaa, mach' die'n fertig! Acht' auf! Aaaaah, ich lenk' hier ganz viel! Jaaaa, mach' die'n fertig! Boah! Nein! Nein! Oh Mann ey. Boah! 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 Boah, das macht einen echt wahnsinnig ey. Der Spiel hat einen echt bekloppt, du. Oh, die sind auch so lustig. Boah! Ja. Wollen wir noch eine machen oder nicht so? Nächste Folge machen wir gleich wieder, oder? Okay, machen wir dann in der nächste Folge. Wir müssen schon vorbeigern, dass die Folgen kürzer sein könnten. Ja, dann machen wir das so. Aber wir müssen auch dringend eine Pause machen. Auf jeden Fall. Und in der nächsten Folge gibt es das hier. Äh. Okay. Geil, Clowns, geil. Okay, und Leute werden aufgespießt. Ah, ist Koop, ne? Ist Koop. Aber wir haben keine Lichtwand. Das ist Koop, keine Leben, null Leben. Schön. Wahrscheinlich unendlich Leben, oder? Wahrscheinlich unendlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Alles klar, in der nächsten Folge dann. Die vier am Spies. Oh Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017